Hausmesse bei Firma Moosmeyer in Hofkirchen an der Trattnach. Der Familienbetrieb beliefert Großhändler im gesamten europäischen Raum sowie mehr als 5000 Trafiken in Österreich. Und genau diese sind an drei Tagen hier zu Gast, um sich zu informieren. Ja, man will die Produkte vor Ort sehen, nicht nur im Katalog, also direkt und auch Gespräche. Es ist ja interessant, dass man was erfährt. Im Sortiment zu finden rund 11.000 Produkte. Ein Trafiken ist grundsätzlich auf drei Säulen aufgebaut. Das sind zum einen klassische Tabakwaren, alles was dazugehört. Dann die zweite Säule ist das Glücksspiel und natürlich die dritte Säule sind Schulartikel, Zeitschriften, Magazine, Informationsmaterial. Wir sind ja an der Kommunikationsort. Und das macht es im ländlichen Raum. Das sage ich immer wieder gerne. Es gibt die Kirche, es gibt das Gasthaus und dann kommen wir schon wieder mit den Trafiken. Die Auslieferung erfolgt postwendend dank hochmoderner Logistik. Die Warnannahme ist das Herzstück des Unternehmens. Im 34 Meter hohen Hochregallager lagert nur Palettenware. Das ist ein reines Warenlager für den Nachschub in der Kommissionierung. Und dann gibt es angrenzend ein Kubi-Shuttle-Lager. Dort gibt es 16.000 Behälterstellplätze. Die Kommissionierung wird quasi direkt daraus versorgt. Und da machen wir in der Stunde, können wir da 1.200 Behälter ein- und auslagern. Zum einen natürlich ist es wichtig, also die großen Zubauten, also der Investment von mehr als 12 Millionen Euro, dass wir während Corona getätigt haben, den Trafikanten vorzuzeigen. Also wirklich sie einzuladen, die Führungen zu machen. Und abgesehen davon natürlich wollen sich die Leute auch wieder vor Ort treffen. Also soziale Kontakte sind ja, wie wir wissen, sehr, sehr wichtig. So sieht moderne Kommissionierung heute aus. Das spart Zeit und Wege. Mitarbeiter werden dennoch auch heute laufend gesucht. Die sind immer gefragt. Die Bereiche ändern sich natürlich. Die Tätigkeiten ändern sich durch die Automatisierung. Aber wir sind ein wachsendes Unternehmen und wir suchen immer neue, motivierte Mitarbeiter. Das Unternehmen Moosmeyer wurde vor mehr als 100 Jahren gegründet. Seit 2008 ist es hier am Standort in Hofkirchen angesiedelt und zählt heute 130 Mitarbeiter. Bewerbungen sind jederzeit herzlich willkommen.